Vier wertvolle Tipps und Techniken für die Bildbearbeitung, die gibt es nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Visio Photoshop Tutorials. Also, wenn du dich mit Bildbearbeitung beschäftigst, wenn Photoshop Thema für dich ist, also alles, was mit Rotusche, Composings damit zu tun hat, dann bist du hier genau richtig. Und ich kann dir schon sagen, es lohnt sich, ein Abo da zu lassen. Heute geht es wieder um Photoshop, aber nicht von mir erklärt, sondern ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast und ich freue mich riesig, denn Sascha, für viele eher bekannt unter Mystic Moments, Mystic Moments Fotodesign, ist sein Künstlername und er ist selber Coach, Tutor, Lehrer, was die Bildbearbeitung, was die Fotografie angeht, also ganzheitlich. Aber er ist auch bekannt als der Disney-Fotograf und ja, deswegen bin ich wirklich sehr gespannt und freue mich riesig, dass er auch einen Beitrag für meine Community, für meinen Channel exklusiv erstellt hat und er hat für euch, ja, nicht eins, zwei, drei oder ganz, er hat vier ganze Techniken mitgebracht, ja, vier Hacks für die fantasievolle, kreative Bildbearbeitung, ja, auch so ein bisschen mit Cosplay-Ansatz, also seid auf jeden Fall gespannt, ja, und natürlich, ich meine, wenn ich sage Disney-Fotograf, dann meine ich das auch so, also wir haben hier die Anna aus Frozen, aus dem Pixar-Disney-Animationsfilm, als Beispiel, da haben wir die Rey aus den neuen Star-Wars-Filmen, ja, für alle Star-Wars-Fans und wir haben hier nicht Iron Man, sondern wir haben hier Iron Woman, also, ihr seht, er macht selber die Fotos und tut das Ganze dann auch anhand deren die Techniken erklären, ja, also, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, dann geht's gleich los, eine große Bitte, ja, der Sascha hat selber auch einen YouTube-Kanal, der noch gar nicht so groß ist und genau deswegen würde ich euch bitten, nach dem Video direkt mal unten, ja, da ist der Link zu seinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen, wenn ihr das gut findet, wenn euch das gefällt, was ihr hier gesehen habt, unbedingt ein Abo da lassen, er freut sich, ich freue mich auch, weil ihr sollten uns einfach alle gegenseitig ein bisschen supporten und das war's eigentlich auch schon, ja, ich würde euch gar nicht lange auf die Folter spannen, jetzt geht's los, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal von Alexey, ich bin der Sascha von Mystic Moments, spezialisiert auf inszenierte People-Fotografie und Märchen und Fantasy und ich darf heute hier auf dem Kanal ein paar meiner Photoshop-Tricks verraten und da freue ich mich sehr an der Stelle, vielen Dank Alexey, dass ich das hier machen darf und deswegen gehen wir auch schon direkt in Photoshop, wollen nicht viel Zeit verlieren und uns ein paar tolle Tricks anschauen, die ich euch mitgebracht habe. Wir befinden uns jetzt hier in Photoshop und ich habe hier ein Bild von Elemna mitgebracht, das ist entstanden irgendwann im Spätsommer in einem Maisfeld, ich habe da auch schon einige Dinge jetzt bearbeitet in dem Bild und mir geht es jetzt darum, das Kleid umzufärben. Es ist ja oft so, dass wir vielleicht das Kleid noch ein bisschen anpassen wollen an die Umgebung oder dass wir Kleidungsstücke oder irgendwelche andere Bildanteile umfärben wollen, dazu gibt es sehr viele Möglichkeiten, eine davon wäre ja zum Beispiel hier eine Farbton-Sättigungsebene, die ich hier drüberlegen kann. In der Farbton-Sättigungsebene müsste ich dann hier mit dem Zeigefinger einen Farbton aussuchen oder es wäre sinnvoll, dann einen Farbton auszusuchen, dann klicke ich hier auf das Kleid drauf und dann sehe ich, dass ich hier die Magendatöne angezeigt bekomme. Jetzt kommt aber schon so ein kleines Problem bei solchen Kleidungsstücken wie hier, nämlich wenn ich hier oben hinklicke, dann bekomme ich Zyran-Töne angezeigt. Ich habe also hier schon in dem Kleid verschiedene Anteile von Magenta und Zyran und diese umzufärben mit einer Farbton-Sättigungsebene wird dann schon etwas komplizierter. Und ich habe mir eine Methode, bzw. ich habe euch eine Methode mitgebracht, die das Ganze um einiges einfacher macht. Wir löschen mal die Farbton-Sättigungsebene hier wieder raus und ich zeige euch eine andere Methode. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst einmal eine Auswahl erstellen des Kleides. Das habe ich ganz einfach gemacht mit dem Fahrtwerkzeug, bin einmal hier rundherum, habe auch die Ohrringe hier mit ausgewählt, ging relativ schnell, war dann innerhalb von ein paar Minuten die Auswahl erstellt, habe eine Ebenenmaske gemacht und jetzt lege ich mir unter diese Ebenenmaske eine sogenannte Verlaufsumsetzung. Die lege ich hier einmal drauf und ganz wichtig ist, dass diese Verlaufsumsetzung hier, wenn ich hier reinklicke, zu Hintergrundfarbe ist und dass sie vorne schwarz und hinten weiß hat. Wenn ich die nämlich vorne weiß und hinten schwarz angegeben habe, das kommt auch manchmal vor, dann klappt der ganze Trick nicht. Ich muss also unbedingt von schwarz zu weiß hier angewählt haben. Das kann ich halt machen, wenn ich hier draufklicke. Dann gibt es hier oben die sogenannten Grundlagen und in der ersten Grundlage hier ist dieses schwarz zu weiß. Und der Clou bzw. der Trick daran ist jetzt, dass ich mir hier einfach in die Mitte einen weiteren dieser Farbfelder setze. Ich klicke hier einmal drauf und dann seht ihr schon, was passiert. Ich kann jetzt hier über das Farbfeld verschiedene Farben aussuchen, die ich dem Kleid jetzt zuordne. Und das geht so weit, dass ich sogar die entsprechenden Helligkeitswerte anpassen kann. Ich kann also das Kleid dunkel gestalten, ich kann das Kleid hell gestalten, ich kann jegliche Farbe hier aussuchen, die mir gefällt und das Ganze an mein Bild anpassen. Ich kann es etwas entsättigen, heller oder dunkler machen und kann so meinem Kleid hier mit wenigen Klicks bzw. mit wenigen Schiebern hier eine andere Farbe zuordnen und zwar jede Farbe hier aus dem Spektrum. Also ein sehr simpler und sehr einfacher Trick, um Kleider umzufärben oder auch andere Bestandteile im Bild. Und das Schöne ist halt, dass die Schwarzwerte und die Weißwerte hier sehr schön mit in diese Verlaufsumsetzung eingearbeitet werden und ich so ein sehr tolles Ergebnis bekomme, wie hier oben, wo ich es schon gemacht habe. Hier habe ich im Prinzip das Kleid umgefärbt in so einen rosa und es passt sich jetzt noch etwas schöner an meinen Hintergrund an. Der zweite Trick, den ich euch mitgebracht habe, der beruht auf den Color Lookups und diese nutze ich sehr gern, sehr kreativ. Ich möchte euch jetzt hier mal in diesem Bild zeigen, wie ich den nutze, um die Haut etwas, also so ein Clow auf die Haut zu bringen, also einen richtig schönen Clow auf die Haut zu bringen. Ich gucke mal gerade, in welcher Ebene wir hier drin sind. Hier habe ich mich irgendwo verklickt. Genau. Wir legen es jetzt mal hier oben drüber. Ihr seht, dass ich hier eigentlich schon einen sehr schönen Clow mit in der Haut drin habe. Man kann diese Technik auch nutzen, um Deutschen Burn zu betreiben, also um Stellen aufzuhellen. Es geht aber hier wirklich nur ums Aufhellen. Die Technik hat so einen richtig schönen Clow, den ich mit ins Bild einarbeiten kann. Dazu nutze ich, wie gesagt, einen Color Lookup. Und hier in den 3D-LUT-Daten, also diese Lookup Tables, kann ich hier einmal draufklicken ins Dropdown-Menü. Und dann gibt es hier verschiedene, die ich angezeigt bekomme. Und diese Technik beruht auf dem Bleach Bypass Look. Ich wähle den einmal an und dann seht ihr schon, dass ich jetzt so ein helles Clow ins Bild reinbekomme. Diesen ganzen Effekt verstecke ich jetzt mit STRG-I hinter einer schwarzen Ebenenmaske. Wenn ich die Ebenenmaske hier ausgewählt habe und die ist weiß und ich drücke STRG-I, bekomme ich eine schwarze Ebenenmaske. Dann nehme ich mir einen Pinsel, einen weißen Pinsel und ich empfehle euch hier einen bestimmten Pinsel und zwar den siebten in der Reihe der allgemeinen Pinsel. Das ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Rund, Weichdruck, Deckkraft und Fluss. Diesen empfehle ich euch. Wählt euch den aus, reduziert die Deckkraft auf ca. 20% und reduziert den Fluss auf ca. 20% und jetzt könnt ihr euch diesen Clow ins Bild dort einmalen, wo ihr ihn haben wollt. Ich nutze ihn zum Beispiel jetzt hier auf der Hand und ihr seht schon, was ich hier für einen richtig schönen Clow in die Hand einmale oder auch hier oben und ich könnte auch den Clow, den ich hier habe, noch verstärken oder auch hier. Ich empfehle euch natürlich, macht es sachte, nicht zu viel und nicht übertreiben. Es gibt aber durchaus Bilder, die dann sogar noch etwas mehr von diesem Clow vertragen könnten. Wenn wir uns jetzt mal ein Vorher-Nachher anschauen, Vorher-Nachher, seht ihr, ich habe hier ein richtig schönes Clow in die Haut reingemalt oder auch hier unten ins Kleid und ich kann natürlich das Ganze auch noch in der Deckkraft reduzieren. Ungefähr so. Also ein sehr schöner Trick, um so einen richtig schönen Clow in die Haut zu bekommen oder einen Dodgen-Burn-Technik, aber nur zum Aufhellen, funktioniert in vielen Bildbereichen, kann ich euch absolut empfehlen. Wir schauen uns was weiteres an und hier in diesem Bild geht es um das Lichtschwert. Ich habe es hier schon erstellt, das Lichtschwert und ich möchte euch jetzt kurz zeigen, wie ich so etwas mache, wie ich so ein Lichtschwert sehr einfach und sehr schnell erstellen kann. Dazu mache ich folgendes. Ich mache mir zunächst mal eine leere Ebene. Dann nehme ich mir das Pfadwerkzeug und das Schöne am Pfadwerkzeug ist, dass ich jetzt einen Pfad zeichnen kann, ganz nach meinem Belieben. Also ich kann jetzt wirklich einen Pfad so zeichnen, wie ich das möchte und in dem Falle halt genauso, wie ich mir das Lichtschwert halt vorstelle. Ich mache dann folgendes. Ich fange an, mir hier einen Pfad rein zu zeichnen. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Angenommen, das Lichtschwert wäre so. Ich empfehle euch dann natürlich, das Ganze auch anzupassen, dass es wirklich realistisch aussieht. Ich mache es jetzt mal auf die Schnelle. Jetzt kann ich hier über einen Rechtsklick eine Auswahl erstellen und ich nutze hier immer einen Radiusweichekante von 0,5. Diese Auswahl habe ich jetzt erstellt und die fülle ich jetzt mit der Farbe Weiß. Ich gehe hier unter Bearbeiten, Fläche füllen mit Weiß und drücke einmal OK. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich diese Fläche mit Weiß gefüllt. Mit STRG-D könnt ihr die Auswahl aufheben, also die Ameisen, die hier rundherum laufen, die könnt ihr mit STRG-D jetzt einfach wegnehmen. Und jetzt gehe ich auf Filter. Ich würde euch übrigens empfehlen, hier bei dem Schwert hier eher noch eine Rundung reinzumachen. Ich habe jetzt hier ein gerades Schwert. Ich empfehle euch eine Rundung. Wir gehen auf Filter, Weißzeichnungsfilter, gaussischer Weißzeichner. Und ich empfehle euch hier einfach, eine Weißzeichnung mit reinzupacken, die das Lichtschwert jetzt richtig schön leuchten lässt. Das ist ungefähr so. So, in dem Falle ist 20,4 ein richtig schöner Wert. Vielleicht gehen wir noch etwas runter auf 19. 19 wäre OK für mich. Wir klicken einmal auf OK. Sollte euch der Effekt jetzt nicht ausreichen, könnt ihr auch gern den Effekt verdoppeln, indem ihr das einfach nochmal kopiert, diese Ebene. und die zweite auch vielleicht dann etwas in der Deckkraft reduzieren. Was wir aber noch tun werden ist, wir werden jetzt dieser Ebene, dem Lichtschwert, noch einen Schein nach außen verpassen. Und das funktioniert ganz einfach, indem ich hier in die Ebenenstile klicke. Und das geht mit einem Doppelklick auf die Ebene. Dann geht dieser Dialog Ebenenstil auf. Und dort kann ich einen Schein nach außen hinzufügen. Und diesem Schein nach außen kann ich auch eine Farbe zuordnen. Und ich wähle mir jetzt hier mal so ein Blau mit außen. Jetzt seht ihr schon, was hier passiert. Ich gebe dem Schwert jetzt einen blauen Schein außen. Klicke einmal auf OK. Ihr könnt auch die Deckkraft hier bestimmen, wie stark dieser Schein sein soll. Hier unten empfehle ich euch als Kontur die zweite auszuwählen. Das ist die, mit der ich die besten Erfahrungen gemacht habe. Und dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen hier rumspielen mit der Deckkraft. Ich nutze es gern im Modus Negativ multiplizieren. Ihr könnt hier auch ein bisschen rum experimentieren mit den verschiedenen Modis, die hier noch angezeigt werden. Ineinander kopieren zum Beispiel. Aber ich habe mit Negativ multiplizieren eine sehr gute Erfahrung gemacht. Und Deckkraft, wie gesagt, so wie es euch gefällt. Überfüllen empfehle ich euch nicht. Denn dann passiert das hier. Ich habe den Schein dann nicht mehr direkt an dem Lichtschwert selbst. Also überfüllen auf jeden Fall auf 0 lassen. Auch die Größe, die würde ich nur im mittleren Sektor hier lassen. So ungefähr bei 80. Und den Bereich auch da aufpassen, dass ihr hier im oberen Bereich seid, dass es sich schön an das Lichtschwert anpasst. Wenn ich jetzt mal vorher, nachher klicke, dann seht ihr, dass wir hier dem Lichtschwert einen richtig schönen Schein hinzugefügt haben über einen Schein nach außen. Ich kann dann einmal auf OK klicken und habe hier mein Lichtschwert und habe das Ganze auch noch zum Leuchten gebracht über Schein nach außen. Also ich empfehle euch wirklich, experimentiert auch gerne ein bisschen damit rum. Da kann man wirklich tolle Ergebnisse mit erzielen. In meinem Beispiel war das so. Ich habe das etwas stärker gemacht in der Ausführung. Wir gehen zu einem weiteren Trick, den ich euch mitgebracht habe und sind hier bei Iron Man bzw. Iron Girl, das ich vor kurzem geshootet habe. Ein Iron Girl Cosplay Kostüm. Und ihr seht, dass ich hier schon was gemacht habe. Ich habe dem Lichteffekte hinzugefügt, dem Ganzen. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen bzw. ein paar Tricks zeigen, wie ihr das in Photoshop sehr schnell und sehr einfach lösen könnt. Wie ihr hier seht, habe ich das Ganze auf Hintergrund Kopien gemacht. Und davon bin ich kein Freund. Ich habe es aber jetzt mal in dem Video hier zunächst mal so vorgemacht, damit ich euch gleich zeigen kann, was der Nachteil ist und was der Vorteil meiner Methode ist. Folgendes, hier habe ich einen Lichteffekt mit hinzugefügt, der schon von Photoshop vorgegeben wird. Ich zeige euch auch gleich, wie er auf diesen Lichteffekt kommt. Und oben habe ich dann wiederum einen Lichteffekt mit hinzugegeben, der auch von Photoshop vorgegeben ist, im Auge. Wenn ihr das auf Hintergrund Kopien macht, und das zeige ich euch zuerst, es gibt nämlich in Photoshop, wir machen eine Hintergrund Kopie, eine einfache Funktion, um solche Lichteffekte hinzuzufügen. Und die findet ihr über die sogenannten Renderfilter. Und dann gibt es hier die Blendenflecke. Und in den Blendenflecken könnt ihr sogenannte Blendenflecke hier hinzufügen. Ihr seht jetzt, ich mache es mal kurz heller. Das ist so ein Blendenfleck jetzt. Von der Objektivart ist es 50-300. Ihr könnt hier verschiedene auswählen, die es hier gibt, die man hier hinzufügen kann. Da kann man auch ein bisschen damit rumexperimentieren. Und dann kann ich hier so ein Blendenfleck einfach hier draufsetzen. Zum Beispiel hier, wenn ich sage, okay, ich möchte hier da vorne das zum Leuchten bringen. Dann kann ich auch noch die Helligkeit hier bestimmen. Und klicke einmal auf OK. Und jetzt seht ihr schon, was passiert ist. Ich habe aufgrund des Vorschaubilds eigentlich nicht komplett die Mitte getroffen. Es ist etwas links versetzt. Das ist schon mal ein Nachteil an der Geschichte, wenn ich das über eine Hintergrundkopie mache. Der zweite Nachteil ist natürlich, dass ich hier immer wieder neue Hintergrundkopien mache. Und ich kann nicht besonders gut nondestruktiv arbeiten. Von daher habe ich hier einen Trick für euch. Und zwar eigentlich sind es zwei Tricks. Zum einen empfehle ich euch, das Ganze über eine schwarze Ebene immer zu machen und diese im Modus negativ multiplizieren dann auszublenden. Und das zweite ist, es gibt einen sehr schönen Trick, um genau bestimmen zu können, wo man diese Blendenflecke hinsetzt. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie ich es machen würde. Zunächst mal brauchen wir eine Hilfslinie. Wir suchen uns hier in der Ansicht eine neue Hilfslinie. Und hier können wir eine Vertikale setzen. Mit der beginnen wir. Und jetzt seht ihr, dass ich hier eine vertikale Hilfslinie am Rand habe. Und wenn ich jetzt hier oben auf das Verschiebenwerkzeug gehe, dann kann ich diese vertikale Hilfslinie hier ins Bild ziehen. Und ich möchte in die Mitte dieses... Hier, genau. Hier, genau in die Mitte möchte ich diese Hilfslinie setzen. Jetzt hole ich mir nochmal eine Hilfslinie. Und diesmal setzen wir uns eine horizontale Hilfslinie. Jetzt wähle ich mir diese Hilfslinie hier wieder aus und kann die hier nach unten ziehen. Und jetzt bin ich hier genau in der Mitte. Ich habe mir also jetzt hier einen Punkt rausgesucht, an dem ich hier genau in der Mitte bin. Mit einer horizontalen und einer vertikalen Hilfslinie. Aber warum habe ich das getan? Ganz einfach. Ich blende mir jetzt einmal das Infofenster auf. Und wenn ich jetzt dieses Infofenster aufgerufen habe, dann seht ihr, dass ich hier eine x- und y-Zahl angezeigt bekomme. Und diese notiere ich mir einmal. Ich notiere mir also die Achse x mit 2035 und notiere mir die Achse y mit 2272. Mehr brauche ich vorerst nicht zu machen. Jetzt mache ich mir eine leere Ebene. Gehe einmal auf Bearbeiten, Fläche füllen mit der Vordergrundfarbe schwarz. Gehe auf OK. Jetzt habe ich mir eine leere schwarze Ebene drüber gelegt. Und jetzt gehe ich auf Filter, Renterfilter, Blendenflecke und werde mir diesen Blendenfleck jetzt an genau der Stelle hier einfügen. Und wie mache ich das? Hier gibt es einen kleinen Trick. Mit gedrückter Alt-Taste, wenn ich mit gedrückter Alt-Taste hier draufklicke, dann geht ein separates Fenster auf. Und hier steht genauer Mittelpunkt der Lichtbrechung. Und ihr seht, hier kann ich jetzt eine x- und y-Maske eingeben. Und unsere x-Achse war 2035. Und unsere y-Maske war 2272. Jetzt klicke ich einmal auf OK, bestätige das Ganze. Und wenn ich jetzt diese Ebene in den Modus negativ multiplizieren setze, dann seht ihr, jetzt habe ich diesen Lichteffekt genau dort eingefügt, wo ich ihn möchte. Wir nehmen uns eine neue Hilfsebene. Dazu gehe ich dann einmal in die Ansicht und lösche die Hilfslinien wieder. Und wir machen uns eine neue Hilfslinie für die Augeneffekte. Und ich zeige euch auch, wie ihr zwei Augeneffekte hier noch sehr schnell hinzufügen könnt. Wir rufen uns wieder in der Ansicht eine neue Hilfslinie auf. Zuerst die horizontale und setzen uns die ins erste Auge. Hier hin. Dann rufen wir uns wieder in der Ansicht eine neue Hilfslinie auf. Die vertikale und setzen uns die genau in die Mitte des Auges. Ungefähr hier. Wir rufen uns wieder unser Infofenster auf. Und setzen uns einmal die Maus hier drüber. Und sehen, wir haben eine x-Achse von 1807. Und eine y-Achse von 1406. Mit der Information mache ich mir jetzt wieder eine schwarze Ebene. Ich mache mir eine leere Ebene. Gehe einmal auf Bearbeiten, Fläsche füllen. Mit der Vordergrundfarbe schwarz. Jetzt gehen wir nochmal in die Filter, Renderfilter, Blendenflecke und werden hier einmal den Blendenfleck um einiges kleiner machen. Und mit gedrückter Alt-Taste klicken wir einmal hier drauf und wir kommen wieder in den genauen Mittelpunkt der Lichtbrechung. Und diesmal war es 1807 in der x-Achse und 1406 in der y-Achse. Wir gehen einmal auf OK. Ändern das Ganze noch in Negativ multiplizieren. Ich lösche jetzt einmal die Hilfslinien. Und wir zoomen etwas ran. Und ihr seht, wir haben hier direkt ins Auge unser Lichteffekt hinzugefügt. Und wir brauchen noch einen zweiten Lichteffekt für unser zweites Auge. Ihr könnt das Ganze hier auch übrigens dann, wenn ihr mehr Effekt wollt, das Ganze nochmal kopieren. Dann ist der Effekt etwas stärker. Sieht sehr, sehr cool aus. Wir machen uns noch einen zweiten Effekt in das zweite Auge. Gehen noch einmal aufs neue Hilfslinie. Vertikal ziehen uns diese Hilfslinie aufs zweite Auge. Neue Hilfslinie. Horizontal und ziehen uns diese in die Mitte des Auges. Sehr gut. Wir rufen uns noch einmal unser Infofenster auf. Setzen unsere Maus hier drüber und notieren uns nochmal die X- und Y-Zahlenwerte Achse. Ich vergesse immer das Wort Achse. Und es ist nochmal 2244. Und in der Y-Achse sind wir wieder auf 1406. Damit wir auch in der gleichen Höhe sind wie bei dem ersten Auge. Wir können das hier wieder rauslöschen. Wir machen uns eine neue schwarze Ebene, Fläsche füllen mit schwarz. Gehen einmal auf Filter, Renderfilter, Blendenflecke. Und mit gedrückter Alt-Taste setzen wir jetzt den zweiten auf 2244 und hier unten 1407. Wir gehen auf OK. Klicken einmal auf OK. Und setzen das Ganze wieder in Negativ multiplizieren. Und ihr seht, wir haben unser zweites Auge hier. Wir können jetzt die Hilfslinie wieder löschen. Und wenn ihr den Effekt verstärken wollt, einfach doppeln. Und wir haben hier, ja das können wir sogar so lassen. Wir haben hier unser zweites Auge mit ins Leuchten gebracht. Also so kann man Bildanteile sehr schnell zum Leuchten bringen. Wir machen noch stärkere Effekte und werden den einfach etwas reduzieren noch. So kann man Bildanteile sehr schön zum Leuchten bringen. Und ich nutze das sehr oft. Gerade der Trick mit der X- und Y-Achse funktioniert ja sehr schön. Und dadurch, dass wir hier jetzt verschiedene Ebenen haben, sind wir halt nondestruktiv. Wir können das auch immer wieder an- und ausschalten, überprüfen, verdoppeln, indem wir einfach die Ebene kopieren oder was auch immer. Und wir können es natürlich auch einfach wieder ausstellen, wenn es uns nicht gefällt. Also wir können hier sehr schön damit arbeiten. Genau und können so Lichteffekte sehr schön einfügen. Okay, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich habe euch ein paar Tricks hier mit reingepackt, die ihr benutzen könnt und die ihr nutzen könnt. Und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Ich kann euch nur als Tipp geben, probiert die Dinge sofort aus. Testet es an irgendwelchen Bildern von euch. Und ihr werdet feststellen, wie viel Spaß das macht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann hier auf diesem Kanal wieder. So, willkommen zurück. Ich bin's wieder. Also, wie hat euch das Ganze gefallen? Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schreibt es natürlich auch gerne den Sascha. Der freut sich auch riesig über das Ganze. Und wenn euch das gefällt, geht auf seinen Kanal, lasst ein Abo da. Und da kommen bestimmt in Zukunft noch mehr solcher Videos. Ja, also, ich finde, er macht das wirklich großartig. Er ist ein großartiger Lehrer mit einem tiefen Wissensschatz. Und deswegen, finde ich, sollte man auch sowas unterstützen. Ja, also, wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns beide riesig über den Daumen nach oben. Und wenn Photoshop Bildbearbeitung Composing ist, wenn du zum ersten Mal hier bist, Thema für dich ist, dann garantiere ich dir, hier kriegst du das, was du suchst. Also, Abo dalassen, Glocke aktivieren, ganz wichtig, sonst wirst du nicht benachrichtigt. Gerne auch Newsletter abonnieren, dann kriegst du auch, ja, sobald ein Video online geht, direkt frei Haus, einen Link mit gegebenenfalls PSD-Datei und so weiter zugeschickt. Also, einfach die sicherste Variante. Von daher, schau dich gerne noch um. Auf diesem Kanal gibt es noch einige Videos zu diesen Themen. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, unten in die Kommentare einfach deine Fragen lassen oder Anregungen. Was auch immer. Ansonsten wünsche ich euch allen einen sehr, sehr schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bei einem weiteren Video wiedersehen. Macht's gut!